Ey, war ein Hundtisch reingekommen? Jetzt nur ohne Spaß. Weg da, weg da, weg da, mann, weg da. Ich hau den gleich. War das mit Absicht, oder? Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Playstation 4 Edition. Und... Ja, da läuft ein Hund. Den muss ich mir gleich mal holen. Den muss ich mir gleich mal holen. Knochen, Knochen, Knochen. Ja, ich erzähl gleich mehr. Ich will gleich mal den Hund holen. Mit das Glück krieg ich den ja sogar. Mit den vier Knochen, was ich hier hab. Komm her. Komm. Komm. Ja. Du. Ups. Sorry. Also, die Skrabbelgeräusche. Ne? Das Skrabbelgeräusche. So schrecklich. Ich hasse das Skrabbelgeräusche. Komm, Hund, wir gehen pennen. Und treuer Gefährder. Ups. Kommt der hier rein? Nein, halt nicht. Äh, okay. Äh, okay. Okay. In dieser Folge wollten wir eigentlich einen Keller bauen. Also Keller, beziehungsweise einen Lagerraum. Und... Oder... Oder... Und oder eben... Ja. Hier oben. Ein Lagerhaus. Vielleicht hier dann. Aber... Weiß nicht. Ich find den Keller eigentlich schöner, weil... Hier... Würde es einfach nur hässlich aussehen. Denke ich. Ja, denke ich wirklich. Jetzt machen wir einfach mal kurz einen Lagerkeller. Du kommst jetzt erstmal hier... Mach ein Leck mich drum am Arsch. Das hier... Gefällt mir auch noch nicht so wirklich. Mach ich erstmal zu. Weil die mir trau ich gar nicht. Okay. Vielleicht dann... Ja. Ab hier? Da haben wir schon mal eine Decke. Du musst halt, dass jetzt überall was runterfliegt. Weil wir hier in der scheiß Wüste sind. So. Fackeln hab ich nur noch drei. Naja. Mit dem kleinen Keller, was das rausgekriegt. Hängt ja mit der Größe vom Haus zusammen. Das Haus ist einfach ein Mini. So. Und dann ist hier auch schon Ende. Ende Gelände. Naja. So klein ist es gar nicht. Ne. So klein ist es wirklich nicht. Na ehrlich. Von Lagerraum. Sogar fast schon... Ja. Passt eigentlich. Bisschen was machen. Da unten kommt natürlich nur... So ein Nerfiker. Nerfiker. Stein. Okay. Der Sand ist eigentlich viel Nerfiker. Ähm. Vielleicht wieder auf. Setz ich in die Fackel? Ich denke mal. Wir müssen eh noch eins weiter reingehen. Wegen der Wand. Dann guck da halt ein bisschen... Sonne rein. Ja, aber juckt mich nicht. Wir wandten einfach nur aus normalen Flaschenstein, würde ich sagen. Da mache ich mir jetzt keine Mühe. Da kommt Sand drauf. Später mal. So. Eigentlich kann ich besser bauen. Aber... Ich... Habe jetzt echt keinen Bock. Besser zu bauen. Weil einfach auch die Zeit dafür fehlt. Hier in diesen... Ja. Ich habe keinen Bock, dass ich hier über... Paar... Paar Folgen... So ein scheiß Lager aus hinter Zimmern... Das nachher eh kacke aussieht. Also. Ne, mache ich nicht. Mache ich nicht. Manche haben vor uns bestimmt 10. Manche nehmen eben nicht. Und ähm... Ich bin auch keiner von denen. der das ganz sieht. So. Alles kaputt, natürlich. So. Aber kleinisch ist gar nicht das Lagerhaus. Check auf jeder Seite. Minus 1 wegen der Wand, natürlich. Ja, aber vor zwei Reihen. Kischten. Auf beiden Seiten. Bloß vorne und hinten. Du, das passt. Jetzt. Jetzt. Zecken wir mal vielleicht sowas hin. Hier wieder. Das geht eigentlich. Hier wieder. Da kann man sogar noch genau eine Kischte reinpacken dann. So, hier ist ein Eingang. Ey, mein Hund ist schon reingekommen. Jetzt nur ohne Spaß. Weg da. Weg da. Weg da. Ich hau den gleich. Er macht das mit Absicht, oder? Er macht das mit Absicht. Und was haben wir hier noch? Das sehen wir noch. So. Decke brauchen wir ja nicht. So. So. Ich bringe hier ein bisschen Lock rein. Das heißt, wir sagen, vielleicht die Mitte hier so ab da. Irgendwie einen anderen Stein, oder so. Er ist vielleicht ganz cool. Und vielleicht wäre es auch ganz scheiße. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin auch voll neben der Kappe gerade. Die Uhrzeit. Aber. Wenn man Bock hat aufzunehmen, dann hat man halt Bock aufzunehmen. Ich schätze. Und ich hatte halt gerade Bock. Und dann mache ich das halt, ne? Ähm. So. Also nehm's mir nicht über, wenn ich ihn ein bisschen leiser rät. Ähm. Bäm. Was machen wir jetzt hier rein? Einfach nur Sand? Nein. Sandstein. Ups, wir haben ja voll viel Sandstein. Das sieht ganz nett aus. Ich habe jetzt natürlich auch keine Ahnung, wie ich das hier bauen soll. Einfach mal drauf los. Wie man sieht man ja, glaube ich auch. Einfach mal drauf losgebaut. Ich muss natürlich nur zugemacht werden. Ups. Und dann kommt natürlich noch Holz drauf. Und zwar das Holz. So. Das war's schon. Der Boden noch. die mich vielleicht dann komplett aus hier aus um sandstein der hat schon irgendwas erst anstellen so 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 natürlich so joo kann man machen muss man aber nicht damit du bist ja auch falsch wenn ich nachher es einbauen will ich kann hier oben hallo hund hast du ruhig kommt der einfach nicht egal haben wir schon ein paar kichten holz hammerholz ich hab holz dabei aber damit werden wir nicht weit kommen auch mit dem holz wenn wir nicht weit kommen dauerhaft drauf halten 16 drohen damit kommen wir echt weit bis zum nächsten kiosk und sich jetzt doof aber ich kann mir auswirken ich kann hier einfach treppen lassen dass von oben so ist das normale boden aber es eigentlich gar kein normaler boden ich wo ich aber treppen habe ich noch treppen treppen nein aber hier bin noch holz hast du ja ein bisschen treppen jeder mal so so rumgesetzt kann ich die kiste aufmachen aber oben sieht aus wie ein normaler boden ja das so muss es sein so muss es sein ähm ja egal stein hätte ich noch gern dann habe ich noch so was was ich vorhabe ein vorhaben habe ich da noch vor so so viel brauche ich eigentlich gar nicht wir sind zu viel gemacht so du das kann man machen spitze wirklich spitze hab ich halt hier einen frei ist mir egal da ist sogar gut so glaube ich also schlecht ist auf jeden fall nicht so jetzt aber nicht hier hätte ich gerne dann du bist eine einzelkiste so und da kommt gar nichts hin wir sind beengt ja beengt auf jeden fall aber was ich daran gewöhnt passt es auch ich habe mich falsch gesetzt dann muss ich hier nochmal hier so immer diesen bauphasen diese konzentration ich werde reden ha aber da kommt ja leider nichts draus so aber jetzt perfekt hier ist selbe ne son fehlt so ups perfekt und dann noch hier und dann noch hier so hier erstmal ein bisschen sand rein so ich habe hier noch gar eine Fackel eine einzige noch die setze ich mal ja keine Symmetrie hier im Raum leider setzen wir uns ein für mehr Symmetrie hier und der noch so und perfekt hm einräumen mache ich nächste Folge irgendwie schon damit anfangen ein bisschen die Erze einzulagern die wichtigen Sachen halt ähm da 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 Erze Kohle und sonst noch sehe ich hier nichts mehr gerade auf den ersten Blick aber hier noch ein bisschen Redstone sonst ist hier auch nichts mehr oder? ne ich glaube nicht und dann Wufen noch checken bei beiden noch sehr viel Eisen drin und gut ich da kommen natürlich noch Schilder hin aber jetzt will ich erstmal hier vorne rein Kohle runter Eisen die erstmal hier hin ähm Plätze verlage ich nach hinten schon sehr viel von allem eigentlich Gold machieren und Lapis da hin so jetzt mache ich noch das Schilder dass ich ihm zeigen kann wie ich es ungefähr mir vorgestellt habe spitze ich kann es nicht machen schade hätte ich dann gezeigt aber dann wohl nichts zumindest nicht in dieser Folge ähm ähm jetzt kann ich noch rein lagern wir haben Sand dabei ist sehr viel und Stein die ist auch zu Stein zählen das auch zu Stein zählen das auch und den zähl ich auch immer zu Stein um zitieren hier noch da noch da raus raus müssen Platz schaffen müssen Platz schaffen ok einmal hier hin zurück ups obsidian sandstein Sandstein, Slabs, hier mache ich Erde und Sand und den Rest mache ich dann in der nächsten Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen und lasst ein Abo da und ein Like, wäre auch sehr nett von euch. Und dann, nächste Folge räumen wir hier voll alles ein, machen wir alles von oben, machen die Kisten weg, machen vielleicht ein bisschen in eine Richtung und dann, bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.